Hallo Freunde der Panzerei! Herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Videoserie über die britischen leichten Panzer im Falklandkrieg. Der Falklandkrieg wird 2022 40 Jahre her sein. Und ich finde, dieser Krieg ist aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Einer der Aspekte des Falklandkrieges, die bisher anscheinend nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ist der Einsatz von britischen leichten Panzern. Deswegen habe ich mich entschieden, eine Videoserie darüber zu machen. In Teil 1 ging es um den Beginn des Konfliktes, die Fahrzeuge selbst und den Weg der Skorpions, Skimetars und des Samsons von Südengland bis kurz vor die Falklandinseln. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, Link dazu in der Infobox oder in der Videobeschreibung unter diesem Video. In diesem Video geht es um alle Ereignisse von der Landung auf den Falklandinseln bis zum Erreichen von Port Stanley. Das Video ist wie immer in Kapitel unterteilt, die ihr in der Videobeschreibung oder in der Timeline unter dem Video findet. In der Beschreibung findet ihr auch meine wichtigsten Quellen für dieses Video. Die Landung auf den Falklandinseln begann in den frühen Morgenstunden des 21. Mai 1982 im St. Carlos Water, einer Bucht auf Ostfalkland. Geplant war eine nächtliche Landung, um den britischen Truppen Zeit zu geben, sich vor dem zu erwartenden argentinischen Gegenangriff am Tag in der Landezone einzugraben. Für die Landung wurden einige der CVRTs an der Vorderseite der Landungsboote platziert, damit sie über die abgesenkte vordere Rampe Feuerunterstützung geben konnten, nachdem die Feuerunterstützung durch Kanonen der Kriegsschiffe gestoppt werden musste, für den Fall, dass die Landung gegen Widerstand erfolgen musste. Auf diese Weise wurde versucht, das Fehlen eines speziellen Feuerunterstützungsfahrzeuges für die Landung, wie das Landungsboot Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg einigermaßen zu beheben. Zum Glück für die Briten wurden die Landungsstrände allerdings nicht verteidigt. Drei Troop landete mit dem 40. Kommando nahe der Siedlung St. Carlos am Blue Beach 1. Anfänglich verhinderten allerdings überhängende Felsen das Anlanden der CVRTs. Später gingen sie an einem anderen Strand an Land. Vier Troop landete mit drei Paarer in Port St. Carlos am Green Beach, nach großen Verzögerungen, die durch ein kaputtes Landungsboot und Schwierigkeiten der Soldaten beim Umsteigen von ihrem Transportschiff in die Landungsboote verursacht wurden. Die Verzögerung bei der Landung und der Sicherung von Port St. Carlos führte dazu, dass die Reste einer argentinischen Einheit aus Port St. Carlos und die Überlebenden eines Außenpostens auf Fanning Head noch immer östlich von Port St. Carlos in Stellung waren, als bereits die ersten Transporthubschrauber eintrafen, um ihre Ladung an Land zu bringen. Diese argentinische Truppe wurde anschließend von drei Paare angegriffen und zum Rückzug gezwungen. Der Blues & Royals Vier Troop war berichtende Folge enttäuscht, dass sie diese nicht verfolgen durften. Der Grund dafür war, dass zu diesem Zeitpunkt einige der Meinung waren, dass die leichten Panzer auf den Falklandinseln abseits von Straßen und Wegen nicht von Nutzen sein würden. Nach der Landung setzte eine längere Phase der Konsolidierung des Brückenkopfes ein und die CVRTs wurden eingesetzt, um von eingegrabenen Positionen aus, defensive Feuerunterstützung gegen mögliche argentinische Gegenangriffe zu leisten. Außerdem leisteten sie mit den 7,62 MGs und den 30mm Kanonen der Skimetars Feuerunterstützung gegen Luftangriffe. Ein Skimeter behauptete sogar, einen argentinischen A4 Skyhawk in einer Entfernung von etwa 1000 Meter abgeschossen zu haben. Das könnte sogar stimmen, zumindest vermerkt das Buch Air War on the Falklands 1982, dass mindestens zwei Skyhawks durch nicht näher definierten Flakbeschuss über San Carlos Water abgeschossen wurden. Wie alle anderen Fahrzeuge im Brückenkopf wurden sie in den Tagen nach der Landung häufig als Transportfahrzeuge eingesetzt, da Kraftfahrzeuge Mangelware waren und jedes noch so kleine mechanische Transportmittel zum Einsatz gebracht wurde. Als sich der Rest der Landstreitkräfte darauf vorbereitete, den Brückenkopf endgültig zu verlassen, stellte sich die Frage, was aus den CVTs werden sollte. Um aus dem Gebiet um San Carlos nach Port Stanley zu gelangen, eine Strecke von etwa 70 Kilometern, gab es nur schlechte Wege, keine richtigen Straßen und schwieriges Gelände. Die Landschaft bestand überwiegend aus offenem Moorland mit sehr schwammigen Böden. Außerdem gab es Felsvorsprünge, Steinflüsse sowie viele Bäche und Schluchten. Aus all diesen Gründen glaubte man, dass die CVTs nicht effektiv über das offene Gelände fahren konnten. Aus diesem Grund sind sie auch nicht zur Unterstützung des Angriffes auf Goose Green durch zwei Paarer eingesetzt worden. Und das, obwohl der befehlshabende Offizier von zwei Paarer, H. Jones, der bei den Kämpfen um Goose Green später getötet wurde, einen Troup zur Unterstützung angefordert hatte. Brigadier Julian Thompson erklärte später, er habe nicht gewollt, dass seine einzige verfügbare Panzerunterstützung auf dem Weg nach Goose Green festfährt, ohne dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, sie in absehbarer Zeit zurückzuholen. Diese Sorge hatte er vor allem wegen der vielen Flüsse zwischen dem Brückenkopf und dem Gebiet von Darwin Goose Green. Hätten sie sich unterwegs festgefahren, wären sie zudem tagsüber durch Luftangriffe verwundbar gewesen. Wie spätere Erfahrungen zeigten, waren die CVTs durchaus in der Lage, sich über das Terrain der Volklandinseln zu bewegen. Es gibt sogar eine Geschichte, wonach ein CVT-Kommandant aus seinem Fahrzeug sprang und bis zu den Knien im sumpfigen Boden versank. Aber sein Fahrzeug hatte noch nicht einmal die obere Kruste durchbrochen. Dementsprechend hätten es die CVTs wahrscheinlich ohne Probleme bis in das Gebiet von Goose Green geschafft. Und wie spätere Kampferfahrungen auf ganz ähnlichen Terrain an der Wireless Ridge zeigte, wären sie für zwei Paarer bei ihrem Angriff auf Darwin Goose Green sehr hilfreich gewesen. In einem internen Video über die Lehren, die die britischen Streitkräfte nach dem Krieg gezogen haben, erklärte Brigadier Julian Thompson, dass er seine Panzer für den Angriff auf Darwin Goose Green hätte entsenden sollen und dass er von Anfang an mehr Panzer für die Taskforce hätte anfordern müssen. Etwa zur gleichen Zeit wie der Angriff auf Goose Green wurde auch der Vorstoß auf Port Stanley eingeleitet. Diese Operation sollte ursprünglich größtenteils mit Hubschraubern durchgeführt werden. Aufgrund der Versenkung des Transportschiffs Atlantic Conveyor und des Verlustes aller schweren Chinook-Hubschrauber darauf bis auf einen, waren jedoch nicht genügend Hubschrauber vorhanden, sodass der Großteil der Infanterie den ganzen Weg zu Fuß zurücklegen musste. Ein Marsch übrigens, der aufgrund der Geländeverhältnisse, der zu tragenden Ausrüstung und des Wetters für sich allein schon eine außergewöhnliche Leistung war und über den man ohne Probleme ein eigenes Video machen könnte. Am 27. Mai wurde Fear Troop damit beauftragt, den Vorstoß der drei Paarer in Richtung Tail Inlet zu unterstützen. Diese bewegte sich auf einem relativ direkten Landweg dorthin. Der Marsch der CVRTs nach Tail Inlet konnte jedoch erst am Abend des 28. Mai beginnen, da es im Brückenkopf an Treibstoff mangelte. So musste der Treibstoff erst von einem unternehmungslustigen Truppführer in Anführungsstrichen organisiert werden. Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten machten sie sich auf den Weg und fuhren die ganze Nacht hindurch, sammeln Nachzüger der drei Paare ein und wurden am frühen Morgen des 29. sogar ohne Wirkung aus der Luft bombardiert. Später am selben Morgen des 29. kamen sie in Tail an. Währenddessen begleitete der drei Troop das 54. Kommando auf ihrem Weg in die Nähe von Port Stanley über die Nordroute. Diese Route führte über Newhouse und Douglas Settlement nach Tail. Während des Marsches passten die Fahrer ihre Fahrweise schnell an das Gelände an und kamen so recht gut voran. Wichtig war, durch eine aggressive Fahrweise den Schwung zu erhalten. Berichten zufolge fühlte sich das Fahren über den Moorboden wie eine Fahrt über Wasserbetten an. Die Technik zum erfolgreichen Befahren des Geländes auf den Falklands bestand darin, nach dem grünen Moos zu suchen, das die weichsten Stellen bedeckte und dann die beste Route zu wählen. Dieser Route musste man dann folgen, ohne zu versuchen zu lenken oder anderweitig den Schwung zu verlieren. Jedes Schneiden der Grasnarbe hätte den Weg für nachfolgende Fahrzeuge ruiniert. Eine besondere Gefahr für die CVRTs waren die Torfstichlöcher in der Nähe der Siedlungen, die manchmal drei Meter tief sein konnten und daher auf jeden Fall umfahren werden mussten. Festgefahrene Fahrzeuge wurden in der Regel schnell von anderen CVRTs mithilfe des kinetischen Bergeseils befreit. Dabei handelt es sich offenbar um ein starkes Seil, das mit einem Bungee-Springseil vergleichbar war. Das Fahrzeug, das ein anderes befreien wollte, fuhr einfach mit hoher Geschwindigkeit los und spannte dabei das Seil. Durch die Spannung des Seils wurde das andere Fahrzeug dann ruckartig befreit. Die Tatsache, dass sich die CVTs fast beliebig über das Gelände der Falklandinsel bewegen konnten, bedeutete, dass sie in der Lage waren, die Marschinentruppen zu unterstützen, indem sie vorausfuhren, um aufzuklären und hohes Gelände zu besetzen, um die Flanken zu sichern. Also genau der Einsatzzweck, für den sie entwickelt worden war. Die Verlegung der beiden Einheiten nach Thail bzw. das Gelände um Mount Kent nahe Port Stanley dauerte mehrere Tage und war am 30. Mai weitgehend abgeschlossen. Am Ende des Vorstoßes von Dreipaarer und dem 45. Kommando in die Nähe von Port Stanley stand die Mobilität der CVRTs nicht mehr in Frage. Sie leisteten sehr gute Arbeit und nur die Bandwagons der dritten Kommandoregarde waren ihrer Mobilität vielleicht ebenbürtig. Die Bandwagons waren aus zwei gelenkig verbundenen Einheiten bestehende Kentenfahrzeuge, in denen sich das Hauptquartier der dritten Kommando-Brigade befand. Nicht unähnlich den heutigen BV-206 Hecklonsfahrzeugen, die in vielen europäischen Armeen eingesetzt werden. Als dann die 5. Brigade Anfang Juni als Verstärkung auf den Falklandinseln eintraf, wurde zwei Paarer, die zuvor Goose Green besetzt hielten, nachdem sie es im Kampf eingenommen hatten, von dieser Aufgabe entbunden. Daraufhin unternahmen sie einen Vorstoß per Hubschrauber nach Fitzroy, südlich von Port Stanley. Dieser Vorstoß war auf der einen Seite ein Husarenstück, aber auch umstritten. Umstritten deshalb, weil dieser Vorstoß ihre logistische Unterstützung völlig überfordert hatte. Es gab keine wirklichen Straßen vom Landegebiet in San Carlos nach Fitzroy und wegen des Untergangs der Atlantic Conveyor mit ihren wertvollen Transporthubschraubern immer noch an Bord, waren auch die Hubschrauber knapp. Daher konnten Verstärkung und Vorräte nicht schnell in den Raum Fitzroy Bluff Cove gebracht werden. Aus diesem Grund wurden drei und vier Troop der Blues and Royals der 5. Brigade unterstellt, unter deren Kommando zwei Paarer zwischenzeitlich gekommen war. Die beiden CVT-Troops sollten nun über Land nach Fitzroy Bluff Cove verlegen und dort dringend benötigte Feuerkraft bereitstellen, um einen möglichen argentinischen Gegenangriff auf dieses Gebiet abzuwehren. Die Herausforderung bei diesem Anfang bestand darin, dass zwischen dem nördlichen Gebiet Tail Inlet, Mount Kent, in dem sie sich befanden, und dem Gebiet Bluff Cove, Fitzroy im Süden, in das sie sich begeben mussten, die zentrale Bergkette der Fightlands lag. Man rechnete damit, dass der Marsch etwa 36 Stunden dauern würde, denn Generalmajor Jeremy Moores, neu eingetroffenes Hauptquartier, rechnete damit, dass sie den ganzen Weg zurück nach San Carlos über bekannte Routen und dann südlich der zentralen Bergkette fahren müssten. Doch die Crews der Blues & Royals hatten ein beträchtliches Maß an Selbstvertrauen und Vertrauen in ihre Fahrzeuge aufgebaut, sodass sie sich entschieden, stattdessen die vermeintlich unpassierbare Route direkt südlich von Estantia House nach Fitzroy zu nehmen. Diese Entscheidung hatte zur Folge, dass sie ihr Ziel in nur sechs Stunden erreichten. Der Kommodeur der 5. Brigade erinnerte sich später an die Ankunft der CVRTs. Ich hätte nie erwartet, dass sie es so schnell über das schwierige Gelände schaffen würden. Als ich sie sah, wie sie sich den Berghang hinunter zu uns schlängelten, ihre führenden Fahrzeuge schlammverschmiert und regennass und ihre Kommandanten halb erfroren in den Türmen ihrer Fahrzeuge, war das einer dieser Momente, die ich wohl nie vergessen werde. Am 8. Juni erlebten sie den verheerenden Luftangriff auf die Logistikschiffe Sir Galahad und Sir Tristram bei Fitzroy. Skimmiter Besatzung des 3 Troop konnten die tiefliegenden argentinischen Skyhawks mit ihren 30mm-Kanonen bekämpfen. Einige Einheimische behaupteten, eines der Flugzeuge sei von ihnen getroffen worden. Einige CVRTs halfen dabei, die schwerer Verwundeten vom Strand zum Sanitätsposten zu transportieren. In Vorbereitung auf die bevorstehenden Gefechte erhielten die Fahrzeuge zusätzliche Munition. Die Skimmitars zum Beispiel wurden mit mehr als dem Doppelten ihrer normalen Kapazität versehen. Um Treibstoff zu sparen, wurden die Motorlaufzeiten strikt minimiert. Nach viel Vorbereitung sollte nun der Angriff auf die Hauptstadt der Falklandinsel beginnen. Es scheint, dass die CVRTs bei den Angriffen in der ersten Nacht auf die erste Hügel- bzw. Bergkette außerhalb von Port Stanley nicht eingesetzt wurden, weil das Gelände als zu steil und felsig für sie eingeschätzt wurde. Einer Quelle, die ich gefunden habe zufolge, leisteten sie in der ersten Kampfnacht Feuerunterstützung für die Angriffe auf Mount Longden. In anderen Quellen wird dies jedoch nicht erwähnt, sodass ich es in diesem Video weggelassen habe. Das ist es für dieses Video, in dem wir die CVRTs von der ersten Landung am 21. Mai 1982 bis zu den Toren von Port Stanley und dem Vorabend der Schlacht begleitet haben. Im nächsten Video werden wir einen Blick darauf werfen, wie sich die CVRTs in den Kämpfen um Port Stanley geschlagen haben. Wenn ihr den ersten Teil der Serie noch nicht gesehen habt, in dem ich über die Mobilisierung der CVRTs und ihre Verlegung auf die Feiglein-Inseln spreche, findet ihr einen Link am Ende des Videos und in der Videobeschreibung unter dem Video. Wenn es euch wie mir geht und ihr gerne Geschichtsbücher lest, schaut euch doch mal die Buchbesprechung auf meinem Kanal an. Und wenn ihr mehr Informationen zum Thema dieses Videos wisst oder habt oder andere Quellen nennen könnt, lasst es mich bitte in einem Kommentar wissen, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.